Musik Herzlich Willkommen. Wir haben leider kein Intro und das ist ein Dilemma, dessen Teil wir hier auch thematisieren wollen. Wir haben ja gerade hier eine Sendung gemacht, wo wir die Nachrichten aus der letzten Woche paraphrasieren und thematisieren und an Feedback merkt man, das ist arg deprimierend seit einiger Zeit. Und so haben wir uns die Tage überlegt, wir brauchen ein Kontra-Programm. Wir wollen uns mal was machen, was Spaß macht, wo man mitmachen kann, wo man lachen kann und was liegt da näher als Rollenspiele. Jetzt gibt es bei der Geschichte nur ein Problem. Warum zum Henker sollte man Rollenspiele spielen? Weil im Podcast-Bereich ist es nicht wirklich weit verbreitet. Ich weiß nicht, irgendeiner von euch, der aktuell einen Rollenspiel-Podcast abonniert, verfolgt oder mal verfolgt hat, kennt jemand jemanden, der... Tatsächlich haben sich ungefähr die Hälfte der Leute gemeldet. A, irritiert mich das, oder B, ich glaube, vielleicht ist es bei dem Thema und bei dem Konkurrenzangebot jetzt auch eine etwas enge Eingruppierung der Zuschauer hier zu sehen. Ich selbst habe mit Rollenspielen ziemlich früh angefangen. Ich habe mal rund durchgezählt, so 30 Formate im Laufe der Jahrzehnte mal durchgespielt. Und mir macht Spaß. Das Problem ist, ich habe festgestellt, das ist nicht weit verbreitet. Es gibt Rollenspiele, meistens heute im Format von Twitch, YouTube, Leuten, die halt Videos damit machen. Die funktionieren, aber wenn man ehrlich ist, die guckt keiner so richtig. Es gibt also Radiorollenspiele. Das macht mich total kirre, dass ich die Slides nicht sehe. Es gibt Radiorollenspiele, aber diese sind jetzt kein großes Massenphänomen im Vergleich zu anderen Angeboten. Die meisten Angebote, die man findet, sind englischsprachig, habe ich festgestellt. Naturgemäß, das ist halt der größere Sprachbereich. Und ich habe mir dann mal die Mühe gemacht, anzugucken, wie läuft das denn im englischsprachigen Bereich. Weil im Deutschen findet man unter dem Themenbereich Rollenspiel hauptsächlich so, wir diskutieren über ein System, ein Quellenbuch oder irgendeine Convention. Das ist aufwendig. Hört das irgendjemand? Und weil ich ja in meinem Hauptberuf Controller bin, habe ich irgendwann in meinem Leben mal ein Eid mit Blut geschworen. Ich muss in jeder Präsentation mindestens eine Grafik unterbringen. Die kommt jetzt. Ihr dürft mich dafür steinigen, dass die Achsen nicht benannt sind, aber das ist ja auch nur für mich zu überlegen. Was ich gemacht habe, ich habe mir mal auf YouTube ungefähr zwei Dutzend Kanäle rausgesucht, wo Leute ihr Rollenspielverhalten dokumentieren. Also die filmen sich dabei, wie sie würfeln. Teilweise haben die einen Riesenaufwand betrieben. Die haben ein Studio dafür gebaut, die haben teilweise Verkleidung. Ich habe einen gefunden, so ein Science-Fiction-Rollenspiel. Die haben zwischenzeitlich Virtual-Reality-Animationen eingepflegt, wenn es in die Handlung reinpasst. Allerdings, wenn ihr die Grafik euch mal anguckt, das sind die Aufrufzahlen dieser Rollenspielrunden von der ersten Folge bis zur letzten Folge. In Prozent jeweils. Und alle haben in der ersten Episode relativ viele Aufrufe und alle sacken sofort ab. Du kannst sagen, ab der zehnten Episode von so einem Rollenspielprojekt, das du als Episoden anbietest, hast du 95% der Leute, die sich das erste Video angeguckt haben, verloren. Und die kriegst du auch nicht wieder. Das bleibt so. Also warum zum Henker sollte man sagen, sowas fange ich jetzt an, das möchte ich auch machen. Also möchte ich auch diesen Absturz erleben. Ich glaube, ich habe das Problem erkannt und gelöst. Das sind, wie gesagt, alles auf YouTube, alles Videos. Ich habe ein paar Audio-Podcaster, die Rollenspielrunden anbieten, angeschrieben. Von denen hat aber keiner geantwortet. Die kaprizieren das, was sie machen, zu sehr aufs Visuelle. Ich glaube, keiner, der sich Rollenspielrunden auf YouTube anguckt, starrt die ganze Zeit aufs Bild. Was die allerdings stattdessen auch falsch machen, die achten überhaupt nicht aufs Audio. Also ich zum Beispiel, wenn ich mir eine Rollenspielrunde auf YouTube angucke, ich lade mir die Datei runter, ich schmeiße das in den Konverter, ich mache mir MP3 daraus und dann begleite ich mich das auf der Autofahrt. Was die gerne mal machen, ist, sie stellen ein Tischmikro irgendwo hin und dann fangen die an zu reden. Die einen ein bisschen leiser, die anderen ein bisschen lauter. Aber das ist einfach, wie hat das die Tage einer genannt? Audio-Boarding, das kannst du dir nicht anhören. Beispielsweise gibt es eine Rollenspielrunde, ich weiß nicht, wer von euch Audacity benutzt, aber das ist die zwei Stunden Aufzeichnung von einer Rollenspielrunde und rot heißt, übersteuert. Ich hatte auch ein Audio-Sample vorbereitet, aber alle, die sie am Tisch saßen, haben mir gesagt, das kann ich hier nicht einspielen. Das machen wir in der Post-Production. Das ist wirklich, das kannst du nicht anhören. Also das ist ein Gekreische, du verstehst die Leute nicht, dann hast du ab und zu mal so einen Typen dabei, der unmotiviert einfach mal ins Mikro brüllt, woraufhin hinterher bei der Nachbearbeitung, wenn du das normalisierst, der Typ normal laut zu hören ist, aber alle anderen halt so im Hintergrund verschwimmen. Und ich glaube, Podcast ist ein Bereich, wo wir ja eh gewohnt sind, eine gewisse Sprechdisziplin einzuhalten, wo wir es gewohnt sind, dass man dann hinterher nochmal Hand anlegen muss, vielleicht ein bisschen schneiden, ist halt im Livestream oder im Video-Format auch eher schwierig, da wirklich was rauszuschneiden. Lebt der Junge noch oder sollte, ah, alles klar. Wollte nur sicher gehen. Gut. Wie gesagt, ich glaube, der Bereich gibt viel her, wenn man schaut, dass man da das Audio betont, das Podcast-Format betont. Insbesondere sind gut gemachte, gut erzählte Rollenspielrunden ja auch ein bisschen angenähert an dem Bereich des Hörspiels. Es gibt eine Handlung, du kannst dann ein Kapitel setzen, du kannst das nachbearbeiten, kannst vielleicht Audio-Effekte reinsetzen, ein Soundbett, was du im Idealfall alles im Nachhinein machen würdest. Also das ist alles machbar. Es gibt allerdings einen Dämon an der Geschichte, mit dem wir uns dann alle arrangieren müssen. Spaß mit Lizenzen und Urheberrechten. Wir haben uns in der Vorbereitung überlegt, okay, wenn wir das machen wollen, was ist denn naheliegend, womit man anfangen könnte? Und naheliegend ist natürlich immer das, was man selber macht. Und da wir alle schon mal mit dem einen oder anderen System gespielt haben, haben wir uns dann halt eines ausgeguckt und mal geschaut, wie ist denn das jetzt? Okay, Artikel 17 Urheberrechtsreform kommt die Tage, da sollten wir uns jetzt schon möglichst wasserdicht aufstellen. Was müssen wir denn beachten? Das war nicht schön. Das empfehle ich auch keinem anderen. Du stößt an so lustige Probleme, wie beispielsweise die Open Gaming License. Ich lasse den Anbieter jetzt mal weg, aber das ist jemand, der hat mal ein Rollenspielsystem geschrieben. und sich überlegt, vielleicht wollen Leute da ja auch was mitmachen, was veröffentlichen und wir machen mal eine Lizenz, die ihnen das erlaubt. In verschiedenen Revisionen des Spielsystems, mit verschiedenen Rechteinhabern, gibt es verschiedene Absprachen. Also wenn ich jetzt einen Spielbegriff aus dieser Welt benutzen würde, stehe ich mit einem Dreiviertelbein schon im Knast. Je nachdem, ob ich mich jetzt auf die zweite Edition beziehe, auf die dritte Edition, habe ich einen Begriff aus der Welt verwendet, habe ich einen Namen verwendet. Dann gibt es die Community Use Policy bei manchen Leuten, die regelt dann so Sachen wie, ja, du darfst unsere Bilder benutzen, ja, du darfst ein paar Spielbegriffe benutzen. Nirgendwo regeln die Audio. Weil streng genommen, der Anbieter kein Audio anbietet und das überhaupt nicht auf dem Schirm hat, dass Leute das vielleicht machen wollen würden. Wenn man die dann anschreibt und sagt, pass mal auf, wir haben vor, hier in Mikrofone zu sprechen und da ein Spiel zu spielen, was hältst du davon? Kommt immer die Standardantwort, bitte lesen Sie die Community Use Policies. Habe ich gemacht. Das ist so dieses, bitte kontaktieren Sie den Admin. Habe ich gemacht, steht nicht drin. Ah, in dem Fall lesen Sie die Community Use Policy. Also, da kriegst du keine Antwort von denen. Artikel 13, 17 habe ich gerade schon erwähnt. Hashtag. Dann hat man noch das nächste Problem, selbst wenn man sich dann mal durch diesen Wust durchprügeln würde, sind das meiste amerikanischstämmige Anbieter, wusstet ihr, dass Urheberrecht auch für separat, für Übersetzungen von Werken gilt? Also haben die meisten dieser US-Anbieter auch deutsche Firmen, mit denen sie kooperieren. Ulysses, Pegasus, Schwert und Feder ist ja jetzt pleite gegangen. Mit anderen Worten, mit denen müsste man sich dann auch nochmal einig werden. Und wenn ihr dachtet, es ist schwer beim Originalrechteinhaber rauszufinden, wie es mit der Lizenzlage aussieht, dann habt ihr das noch nicht parallel mit den Deutschen versucht. Man muss ja sagen, einerseits ist es Werbung für die, also könnte man verstehen, dass sie sagen, ja gut, kann man machen. Andererseits greift man ja vielleicht auch auf Material zurück, von dem sie denken, das können wir nochmal verkaufen, eine bestimmte Abenteuerkampagne, ein bestimmtes Setting. Wollen sie vielleicht jemand, wollen sie vielleicht nicht, dass die Leute gespoilert werden dadurch. Also, schwierig. Ja, und natürlich, es gibt vom selben System verschiedene Editionen. Es gibt ein Rollenspiel, das heißt Plüsch, Power und Plunder. Ich weiß nicht, wer es kennt. Man spielt kleine Stofftiere, die irgendwann bemerken, dass sie lebendig sind und das Einstiegsabenteuer ist, es ist der Vorabend zum Winterschlussverkauf vor Weihnachten und du musst bis zur Eröffnung der Filiale entkommen aus diesem Kaufhaus. Das ist total knuffig. Das gibt es mittlerweile in fünf, in mehreren Editionen. Wir haben den Typen gefunden, der es erfunden und geschrieben hat und wir haben uns mal mit ihm unterhalten, wie er dazu steht, wenn wir das verwenden würden und er sagte, paraphrasiert, er hat keine Ahnung, wer das Urheberrecht gerade daran hat. Da sind diverse Verkäufe, Pleiten, was nicht alles dabei. Seines Wissens nach, erhebt im Augenblick keinen Anspruch darauf, aber dann bist du halt mit zwei Fünftelfüßen im Knast, sobald nämlich einer auf die Idee kommt, zu sagen, per Akklamation, ich habe das Recht daran, ich möchte Geld von dir, stehst du halt da und hast nichts dagegen in der Hand. Also, da haben wir viel Zeit drauf verwandt, unser Projekt im Leben zu halten. Genau, unklare Rechteinhaber. Mit anderen Worten, das, was der Markt uns hergibt, ist unzureichend. Damit kann man effektiv, zumindest in Deutschland, nicht arbeiten. Amerikaner haben irgendwie wenig Probleme damit, aber die machen dann auch einfach mal Kooperationen und da fließt gegebenenfalls auch Geld. Was wir halt bräuchten, ist irgendwas, wenn wir dieses im Podcast-Format fortschreiben wollen. Euch geht's gut? Also, ich würde gerade sagen, Geld würden wir auch nehmen. Ja. Wollen wir den Hut rumgehen lassen? Oder? Na, so schlimm ist es nicht. Der Hut ist schon ein Loch, das funktioniert nicht so richtig. Also, wir haben halt gelernt, die Rollenspielsysteme sind nicht auf Podcasts ausgelegt, weder von den Leuten, die die Rechte haben, noch von denen, die sich selbst dabei aufnehmen und das produzieren. Für die ist das halt die Dokumentation ihres eigenen Spielgeschehens. Die machen es vielleicht zur Hälfte mehr für sich selbst, um zu sagen, wir spielen Rollenspiele und wir veröffentlichen und produzieren. Aber da macht sich, so wie ich das gesehen habe, kaum einer Mühe mit. Der Einzige, der so ein bisschen rausragte, ist ein Format mit Matthew Mercer, einer der begabtesten Spielleiter, die ich so kenne. Der hat vorhin in der Grafik ein bisschen weniger Verlust gehabt. Der kommt so auf 90% Verlust über die Zeit. Und die Besonderheit bei dem Typen ist, dass das Format Critical Role dediziert mit professionellen Sprachakteuren, also Leute, die beruflich einsprechen, passiert. Aber das merkst du dann auch wirklich raus. Der eine, der ein Riesenspiel oder die Elf und so, die gehen da wortwörtlich gut drin auf. Das hört sich dann auch halbwegs gut an. Haben halt immer noch ein Tischmikro da stehen. Okay, soviel zur Theorie jetzt. Aber jetzt mal, wir haben es ja gemacht, wir haben ja Rollenspielrunden aufgenommen, wir haben die dann geschnitten. Wie haben wir das denn angestellt? Wir mussten uns erstmal Namen geben, das war eine Aktion von drei Monaten. Hätte auch gut noch länger gehen können. Ja, tatsächlich. Wir haben den Fehler gemacht, wir haben gesagt, liebe Hörer und Hörer in Spee, gebt uns mal Feedback. Wir finden, wir haben so viele Vorschläge, aber wir finden keinen Konsens. Und als wir die Aktion gestartet haben, hatten wir dann innerhalb einer Woche dreimal so viele Vorschläge. Immer noch keinen Konsens. und die Abstimmung hinterher ist nicht kritiklos verlaufen, soviel kann ich sagen. Unlustigerweise dann hinterher mehr Konsens über den Namen da war als so viele Vorschläge da waren als davor. Ein gemeinsamer Vorschlaggebner schweißt zusammen. Ja. Die zweite Sache, die wir uns überlegen mussten, weil ich ja gesehen habe, diese Formate verlieren über die Zeit unglaublich viel an Hörern. Wie kann man das bekämpfen? Ein anderer Punkt war zum Beispiel, wie sieht es mit der Länge aus? Es gibt ja Rollenspiele, die spielst du einmal mit einem Setting, das dauert drei, vier Stunden, dann ist das Thema durch. Beispielsweise dieses, du bist ein Plüschtier und musst aus dem Kaufhaus entkommen. Danach findet er nicht den einen Ring und marschiert nach Mordor. Also so viel kann ich schon mal spoilern. Es gibt im Wesentlichen drei Arten von Rollenspielrunden meiner Erfahrung nach. Es gibt das, wo du einmalig dich hinsetzt, mit Leuten spielst, die kriegen vorgefertigte Charaktere, die Geschichte ist abgeschlossen am Anfang und am Ende. Das eignet sich super für ein Rollenspielformat. Weil das Problem ist natürlich, wenn du jetzt sagst, nee, ich mache aber eine epische Kampagne, ich spiele Herr der Ringe nach, aber nicht so Larifari wie im Original, sondern wir machen es detaillierter. Jede Reisestunde würfeln wir, ob dir nicht doch irgendwie ein Drache begegnet oder dergleichen. Dann so noch langweiliger. Herr der Ringe minutenweise glaube ich zum Beispiel, dass sie gut funktionieren würde. Weil kein Schwein entdeckt für sich plötzlich einen Rollenspielpodcast. Aktuelle Episode 283, da fängt keiner vorne an. Das könnt ihr voll vergessen. Deswegen, diese One-Shots gefühlt, dachte ich mir, könnten eine gute Möglichkeit sein. Dann gibt es auch den Zwischenweg. Es gibt so ein paar Rollenspielsysteme, wo die Leute, die Spieler sich immer zusammenfinden für eine kurze Begebenheit. Wir müssen eine Mission erledigen, wir müssen einen Auftrag erledigen und danach geht im Zweifel jeder wieder seiner Wege. Shadowrun ist ein schönes Beispiel, Eclipse Phase. Das ist halt so das Zwischending zwischen wir haben, wir setzen uns einmal kurz hin, wir haben einen Nachmittag Spaß, zeichnet es auf oder nehmt euch mal die nächsten fünf Jahre samstags nichts vor, weil wir müssen da um den Rhythmus beizuhalten, halt regelmäßig veröffentlichen. Das wäre dann das hier, die epische Runde. Hat auch den Nachteil, da passiert dann automatisch mehr Charakterentwicklung. Charakterentwicklung Danke. Und Charakterentwicklung heißt halt im Wesentlichen auch, die Leute müssen plötzlich Regeln verstehen und lesen. Jetzt ist es so, wenn man ein Spiel leitet, dann hofft man so ein bisschen, dass die Spieler nicht anfangen, in dem Material zu lesen, das man gerade spielt und sich schon mal Infos darüber holen, was denn noch passieren wird. Ich kann nicht versprechen, die Sorge ist unbegründet. Der typische Spieler liest gar nichts. Das kann ich bestätigen. Ja, also ich sage hier, erinnert euch doch beim letzten Mal. Nö. Habt ihr die Hintergrundinfos gelesen, die ich euch geschickt habe? Nein. Habt ihr mal in die Regeln reingeguckt? Genau, was muss ich nochmal würfeln? Und dergleichen. Also das sind auch Hindernisse, die bei diesen episch langen Formaten dann automatisch auf einen zukommen, weil da musst du die Leute dann entsprechend reinbekommen oder die passenden Spieler haben, die eh schon darin investiert sind. Und da gibt es auch Fallstrecke. Angenommen, du startest so eine Runde neu und du kennst die Leute noch nicht unbedingt, dann gibt es so ein paar Alarmsignale, wenn ein Spieler folgende Sätze sagt, mach einen weiten Bogen drumrum. Sowas wie, sag mal, in deiner Kampagne, da gibt es diese obskure Regel aus dem fernöstlichen Regelwerk, wie wird die bei dir interpretiert? Dann kannst du fest davon ausgehen, irgendein Typ im Netz hat eine unglaublich böse Kombination aus obskuren Klassen mit obskuren Fähigkeiten gefunden, die den Typen dann fast unsterblich machen. Bogen drumrum. Mein Tipp ist, sucht euch Spieler, die im Zweifel die Welt nicht kennen, gegebenenfalls das Regelwerk nicht kennen, weil man kann in bestimmten Maß davon ausgehen, die Hörer kennen es wahrscheinlich auch nicht. Dann kann man die halt je nach Setting auch so ein bisschen mit reinführen, immer die Welt ein bisschen dazu erklären. Ich erzähle immer zu viel und mache danach die Styles, ich hoffe, das ist okay. Also wie gesagt, um das Ganze für den Hörer, die Hörerin, die hörende Person nahe zu bringen und gut hörbar zu machen, sorgt dafür, dass die Leute sich das gut anhören können. Also A, von der Länge, von der Nachbearbeitung. Wenn ihr eine halbe Stunde damit verbringt, anhand des Charakterbogens und der Regel auszurechnen, ob ihr mit dem Würfelwurf jetzt gerade den Gegner getroffen habt oder nicht, kann das vielleicht spannend sein für die Leute, die da am Tisch sitzen. Kein Schwein, der das anhört, will das hören. Regeldiskussion oder ich blätter mal rum oder ich habe nochmals gefunden, rausschneiden. Die Leute hören sich Hörspiele an und das ist auch der Unterschied auf YouTube, wenn man sich das anguckt, zwischen einer Rollenspielrunde mit 90 Episoden, die flacht so ab, aber wenn ihr ein Hörspiel habt, das hat 18 Teile, das hat am Ende vergleichsweise so viel Abrufzahlen wie am Anfang, weil die Leute halt darauf vertrauen, das was mir hier präsentiert wird, da hat sich mal Gedanken gemacht, dass gut präsentiert, es gibt eine Stringenz da drin, ja, also Hörspieler, ich denke mehr Leute hören Hörspiele als Rollenspiele und das hat halt auch einen Grund. Das was den Spielern Spaß macht, ist nicht unbedingt das, was dem Hörer Spaß macht. Auf jeden Fall sollte man Spaß beim Spielen haben, aber das Audio Sample vorhin, das ich nicht abspielen wollte, war halt, der Spieler da sagte irgendwas und eine Spielerin fängt dann aus unerfindlichen Gründen an, irgendein Britney Spears Lied zu singen und der Spieler, okay, ja, das ist, okay, lass jetzt mal, und da kommt ein anderer Spieler an und fängt ein anderes Lied an zu singen und die beömmeln sich ohne Ende, das kannst du, das, da blutet dir das Ohr in dieser Audioqualität. Ja, genau, sowas in der Art. Jetzt weiß ich, was vorher gefehlt hat. Claudia. Claudia. Wenn ein Hörer ankommt und fragt sich, stellt sich vor die Frage, ich sehe auch einen Podcast, will ich den hören oder will ich den nicht? Die wollen eine Geschichte hören. Die wollen nicht ein Minutenprotokoll der Redaktionssitzung, die irgendwann am Ende mal die Geschichte ergeben hat. Schneidet den Kram, schneidet ihn um, holt euch Gastsprecher, macht was immer nötig ist. Also wenn wir den Kram, wenn ich den Kram schneide, 20 Prozent vom Quellenmaterial fliegt raus. Aber dafür kriegen wir jetzt auch in den paar Episoden, die wir rausgebracht haben, das Feedback, kann man gut hören. Ja, Nachbearbeitung statt Audioboarding, Hashtag. Jetzt haben wir folgende Situation. Wir haben diesen Radiorollenspiel gestartet. Wir starteten dieses Radiorollenspiel und wir haben uns da relativ viel Mühe an allen Ecken und Kanten gemacht mit Trello und halt den ersten Erfahrungen und Erfahrungen von anderen Leuten. Es ist praktisch verschwendete Arbeit, wenn man bedenkt, davon haben nur wir was und wir müssen quasi jetzt einmal den großen Hörerwürfel würfeln und darauf hoffen, dass das irgendjemand hören möchte, wenn es da draußen Leute gibt, von denen ich weiß, dass die Rollenspiele auch so spielen und vielleicht veröffentlichen, wahrscheinlich eher nicht veröffentlichen. Aber wir dachten uns, von Anfang an machen wir das so, wir machen die Pforten auf für Leute, die sich beteiligen möchten. Und wir nehmen alles. Also es ist nicht so, dass wir nur Spieler suchen würden, dass wir nur Spielleiter suchen würden oder Audio-Anscars, die sagen, okay, gib mal her, ich nehme mir ein Wochenende Zeit und danach klingt das gut. Wir wollen von diesem Urheberrechtsproblem halt weitestmöglich weg. Das heißt, wir bräuchten auch Autoren, Autorinnen. Wir bräuchten Leute, die sich die alten Episoden vielleicht anhören und sagen, da kann man vielleicht was anders machen oder das gefällt mir nicht oder das habe ich missverstanden. Weil man muss sich gewahr werden, ich weiß nicht, was für Podcasts ihr im Zweifel so hört oder produziert. Aber viel von dem, was wir sonst jedes Mal machen, ist für den aktuell Hörenden gedacht. Das sind vielleicht Ereignisse, die Wochen, Tage, Monate zurückliegen und die sich vielleicht in einem Jahr keiner mehr groß anhören würde. Das hier ist anders. Die Leute, die Rollenspiel-Podcasts suchen und runterladen, machen das in der Regel teilweise Jahre, nachdem die gelaufen sind. Die verlieren nichts von ihrer Aktualität. Also hier, das ist ein Fall, da lohnt es sich total, die extra Meile zu gehen, um das nachzubearbeiten. Was man unter der Woche jetzt vielleicht nicht machen würde, wenn man jede Woche veröffentlicht. Also, was brauchen wir? Wir haben eine Liste gemacht. Alles. Wortwörtlich, alles. Wir spielen auch mit einer Idee. Ich weiß nicht, wer hier alt genug ist, um noch die Telnetzeiten und die Multi-User-Dungeons erlebt zu haben. Oh ja, okay. Für die, die es nicht kennen, als das Internet noch Flausch statt Flügel hatte, gab es hauptsächlich an Universitäten so Text-Adventure-Bereiche. Du hast dich da eingeloggt, hast den Benutzernamen gegeben und dann sagt das System mir, Glückwunsch, du bist ein Level-1-Typ, hier ist dein Knüppel. Und dann konnte man halt wirklich so sagen, gehe nach Westen, gehe nach Norden, gehe nach Osten, nimm den Stein, wirf den Stein. Da haben die Leute geliebt, haben dann gelevelt, Ausrüstung gesammelt, so Rollenspiel in seiner frühen digitalen Form und die stießen natürlich irgendwann an das Problem, als Student ist man halt mit Freizeit gesegnet von Zeit zu Zeit. Die schließen an das Problem, dass es irgendwann kein Content mehr für die Leute gab, also haben die natürlich einen Aufstand gemacht. Die haben eine schön kreative Lösung gefunden. Wenn du eine bestimmte Stufe in diesem Spiel erreicht hast, gingen die davon aus, du gehörst jetzt quasi mit zu uns und sie haben dir einen Bereich in diesem Text-Adventure einfach gegeben, so nach dem Motto, wenn du an dieser Kreuzung nach Osten gehst, dann landest du in diesem folgenden Skript, die haben den Leuten die Möglichkeit gegeben, eigene Dungeons aufzubauen, eigene Gegner, eigene Questen. Das möchte ich auch. Also hier steht Pflege, Creative Commons, Material sammeln, ne, doch steht da, wir möchten euch die Möglichkeit anbieten oder Leuten, die ihr kennt, von denen ihr denkt, für die das vielleicht interessant wäre, selber hier was anzubieten, und zwar sowohl Spielrunden als auch Spieler, als auch alles, was da steht, aber wir würden auch im Gegenzug euch gerne Material zur Verfügung stellen. Beispielsweise, wir spielen, also wir und der Stefan zusammen spielen ein Fantasy-Setting und da gibt es so Standardfiguren wie die Stadtwache, es gibt vielleicht den Händler, den Priester und was nicht alles. Und wir haben mittlerweile von drei Leuten, also wir sind bei der Episode 3, ich glaube die vierte erscheint heute, und wir haben mittlerweile von drei Leuten Gastsprecher-Beiträge bekommen. Da sind wirklich gute Sachen bei, da haben wir eine Frau, die aus dem Theaterbereich kommt, die hat da was eingesprochen, wo ich einfach nur den Hut ziehen möchte, das ist fantastisch. Und auch solche Sachen würde ich gerne dann zur Verfügung stellen, falls jemand anders das braucht. Also wenn du eine Stadtwache ansprichst, gibt es da so Standardformulierungen. Wenn du zum Händler ansprichst, gibt es Standardantworten. Das wäre das ähnlich wie es vielleicht bei Puerto Partida so. Wir geben euch die Möglichkeit an die Hand, wenn in eurem Spiel mit einer Stadtwache interagiert wird, dann spielt das aus, aber hinterher in der Nachbearbeitung macht ein Gespräch draus mit einer anderen Person. Und da steht im Zweifel auch der Name und Kontaktmöglichkeit drunter und spricht sie an, wenn jetzt nochmal eine obskure Frage, obskure Antwort dabei ist, schreibt die an. Macht, rückt näher ans Hörspiel als an die reine Dokumentation des Würfelgeschehens. Und du hast das falsche Skript drauf. Und damit kommen wir zu dem Punkt, der in der neuen Edition des Skriptes, ich hab – wo stehen wir in der Zeit eigentlich gerade? – Wir dachten uns, wenn wir schon mal – 22, 50, 80, 90 – ein paar Leute hier sitzen haben und ich der Spielleiter dieser Spielrunde bin, könnte man das nutzen, um den Leuten so ein bisschen Angst in die Herzen zu tragen. – Feene, also nicht. – Genau. – Durch deine pure Anwesenheit, oder? – Machen wir doch mal einen ersten Test. Wer hier eigentlich nur den Schatten genießt und wer zuhört, zeigt doch bitte mal jetzt auf, ohne dass ich meine Stimme anders moduliere. Da geht mehr. Okay, also was ich gerne mit euch machen würde, ist folgendes. Es gibt ein paar Sachen, die können wir im Audiobereich einfach nicht bei uns im stillen Kämmerlein nachstellen. Also die Fantasy-Variante von Tobis Penis. Sozusagen. Ich erwähne euch jetzt alle einmal namentlich, damit ich eure Aufmerksamkeit habe. Ja, auch du, Torben. Jetzt guck dich darüber, da ist kein Torben, das war ein Witz. Was ich gerne mit euch machen würde, ist, ich gebe euch jetzt mal drei Szenarien, wo wir das Audiobett einer Menschenmasse brauchen würden. An der Stelle, ich kann die Spieler beruhigen, das ist jetzt eine rein theoretische Übung und hat nichts mit ihrem Schicksal in diesem Spiel zu tun. Nichtsdestotrotz brauchen wir eine Zombie-Horde. Einmal, wie ihr den, ich brauche einmal den Lünch-Mob, wie ihr den Kopf der Leute auf der Bühne fordert. Okay. Ich sehe leuchten in Augen, wo ich es nicht erwartet hätte, aber ich nehme das. Und das dritte, was habe ich ein Skript geschrieben? Erstaunen. Genau, Erstaunen. Etwas passiert und die Masse auf dem Marktplatz, die hunderte von Leuten machen so Geräusche wie, nein. Wir haben überlegt, ob wir das irgendwie, dass wir hier lieber den Rock runterfallen lassen oder Flo nackt über die Bühne rennt. Aber ich wollte auch kein Lachen dabei haben. Von daher. Also, machen wir doch mal ein Audio-Feedback. Wie klingt denn die Masse auf dem Marktplatz, wenn ich sage, ruf doch mal bitte alle runter mit dem Kopf. Ist das geil? Mir gefällt das. Keine Angst. Geht nicht um euch. Nee, nee. Ich bin noch beim Lünch-Mob. Da stelle ich dir gleich eine Metafrage. Ja, ja. Okay, das klingt super. Wir sind jetzt ein bisschen in so einer Enders-Game-Situation. Das heißt, ich sage euch, wir proben das jetzt einfach mal. Die Wahrheit ist, die Mikros laufen die ganze Zeit. Okay, dann gehen wir doch mal in das zweite Szenario. Ich bräuchte einmal die Zombie-Horde. Jetzt ist das Schlurfen akustisch schwer darzustellen. Ehrlich gesagt, das kriege ich allein. Alter, wie machst du das? Das ist super. Ja, aber das klingt mehr so nach Schlittschuh laufen auf dem Kiesboden. Gefällt mir gut. Aber man kann das lautmalerisch vielleicht auch so ein bisschen durch so ein Brains darstellen. Oder hilfsweise, wer das gerne als Easter Egg unterbringen will, auch Dubis Penis. Ja, den Typen kriegst du nicht wieder rein. Das ist das, was er gesagt hat. Okay, wir haben den Lünchmob. Kriegen wir die Zombies noch gestemmt? Die Münder stehen schon offen. Das ist gut. Also, der Flöten-Zombie fängt an... Wow. Ich habe nicht damit gerechnet, dass das so geil klingt. Das ist Wahnsinn. Ja. Das ist der Flöten-Zombie. Ich würde sagen, Flöten-Zombie ist jetzt einfach Kanon. Ähm, löhne ich mal, was... Ich vergesse mal, was das dritte war. Ach ja, genau. Das erstaunende Überraschen. Etwas passiert, sagen wir mal, auf der Kanzlei vom Pastor, womit ihr so überhaupt nicht gerechnet habt. Was nehmen wir als Beispiel? Ein nackter Zombie hing am Glockenseit oder irgendwie sowas so. Ich habe versucht, also in den richtigen, in den, äh, Slides von den Gerüchten, äh, erzählen. Habe ich da noch versucht, Beispiel für zu finden, aber das fiel mir tatsächlich auch da so schwer. Ich habe jetzt damals notiert als 3, 2, 1, Luke, ich bin dein Vater. Das ist allerdings einer der Punkte, wo ich es super fände, wenn wir das wirklich zeitlich on point hinbekommen. Das heißt, ich mache jetzt nochmal 3, 2, 1, Luke, ich bin dein Vater. Und dann würde ich euch bitten, in dem ordentlich wirklich so, ihr könnt gerne vorher tief ausatmen, um dann wirklich dieses, wie kann das sein? Okay. Bereit? 3, 2, 1, Luke, ich bin dein Vater. Das, wie kann das sein? Super, wenn man es weggelassen hätte, aber ansonsten ist das super. Ja, wunderbar, fantastisch. Ähm, dann würde ich jetzt das Mikro aufmachen und ich habe euch jetzt, äh, wie gesagt, im wahren Leben Kontroller. Das heißt, ich kann stundenlang die Druckbetankung mit Themen und es ist egal, was es ist produzieren. Aber ich habe ein paar Leute gesehen, die, äh, weniger aufs Handy geguckt haben als andere. Und, äh, die sich gemeldet haben bei Mats, das kenne ich, äh, Rollenspiele kenne ich auch, Radio-Rollenspiele kenne ich auch. Ähm, wen habe ich denn jetzt mit Interesse, äh, mit mehr Interesse am Ende des Vortrags als am Vorhang, äh, am Anfang zurückgelassen? Super. DSGVO, äh, lasse ich gleich unterschreiben. Ähm, macht denn schon jemand irgendwas in dem Bereich, äh, Rollenspiel und, äh, wir nehmen es auf. Und ich meine jetzt nicht, warum liegt da Stroh rum? Okay. Ja. Okay. Also, äh, hier meldet sich jemand, der sagt, sie hatten das, äh, auch schon mal gemacht, aber das sei auch schon mehrere Jahre her. Mal ganz kurz, äh, hattet ihr eine ähnliche Erfahrung in dem Bereich, was die, äh, das Feedback oder die Downloadzahlen, die Abrufzahlen angeht, dass das total abgeflacht ist? Wir hören dich. Achso, ja, wir haben das gar nicht so sehr beobachtet tatsächlich, ähm, weil es eher so für unseren eigenen Spaß war, um damit auch zu experimentieren. Ähm, wir haben allerdings dann auch gemischt und haben dann auch so Brettspiele oder so, so Gesellschaftsspiele halt eben auch gespielt, die man einfach dann ohne visuelle Effekte dann auch dokumentieren konnte. Ja. Und das ist häufiger abgerufen worden, als die tatsächlichen Rollenspielrunden, was ein bisschen schade war. Ja, ist auch meine Erfahrung tatsächlich, weil, äh, das, was einem selber Spaß macht, äh, anderen nicht unbedingt so viel Spaß macht. Also, ich, ich hab für mich mal so eine Metrik mir überlegt, ähm, man hat ja mal Kennzahlen als Controller. Und, äh, in einem anderen Rollenspiel-Podcast hab ich die Tage mal gehört, die unterscheiden zwischen High-Invested-Players und Non-Invested-Players. Und die Definition ist sinngemäß die. Der High-Invested-Player kennt die Welt, kennt die Regeln, äh, wenn du dem sagst, okay, das Abenteuer beginnt, dann fängt er sofort an, eine Geschichte zu erzählen und, äh, er findet selber auch noch Charaktere, die gerade in der Bar da rumstehen, führt Gespräche mit irgendwelchen Passanten, hat da riesen Spaß dran. Der Non-Invested-Player tendiert mehr so dazu, das Ganze als eine Art analoges Computerspiel zu betrachten und wartet immer darauf, dass die Leute ihn Fragen angucken, damit er dann auch mal sagen kann, Entschuldigung, hab grad nicht zugehört, äh, was muss ich würfeln? Oder anders gesagt, ich glaube, so ein High-Invested-Player ist jemand, der könnte sich unsere Dokumentation dieser Spielkampagne anhören und sagen, das war schön, diese Kampagne möchte ich auch spielen, aber mit meiner eigenen Figur dabei, weil der sich das so, weil das so stark in seinem Kopf, äh, stattfindet, der sieht halt die Welt mit viel mehr Farben und, äh, Nuancen als, äh, andere Spieler, während, äh, so ein Non-Invested-Player sinngemäß sagen würde, das kann ich ja jetzt nicht mehr spielen, jetzt weiß ich ja, was passiert. Erfahrungsgemäß, äh, mischt eure Spielergruppen aus beiden. Weil nur die Erstgenannten zu haben. Alter, das hältst du nicht aus. Es geht nicht. Und, äh, wie gesagt, das zweite auch, wir haben aktuell eine Rollenspielrunde laufen und, äh, da ist immer wieder mal von einem früheren Spieler die Rede, der sich nie groß eingebracht hat und dem Spielleiter nach einem halben Jahr oder so auch gesagt hat, ganz ehrlich, ich find das scheißen langweilig, was hier passiert. Aber hier wird jedes Mal so geiles Essen gekocht, deswegen wäre er da. Okay. Wenn ihr Lust habt, Rollenspiele zu spielen. Wir sind gerade, abgesehen von dieser Fantasyrunde, auch dabei, ein zweites Projekt, äh, an den Start zu bringen. Ähm, das checkt viele Marks ab in dem, was wir gerne machen würden. Es ist von Anfang an, es ist Creative Commons. Es hat eine fantastisch gut dokumentierte Spielwelt. Und zwar, äh, ich weiß nicht, wer hier die, äh, Serie The Expense oder Altered Carbon kennt. Ich glaube ich beides auf Netflix. Ja, das eine nicht mehr. Ähm, erschienen. Also wirklich gut gemachte Produktion. Das Setting ist folgendes. Die spielt in nicht näher spezifizierter Zukunft. Die Menschen haben es geschafft. Wir können Backups von uns selbst erstellen. Also, wenn mir etwas passieren sollte, beispielsweise aufgebrachte Spieler bringen den Spielleiter um, ähm, dann könnte man mein Backup nehmen und den neuen Körper einfach reinstecken und die kriegen eine Schaden, äh, eine Klage wegen Sachbeschädigung und das war's. Und in dieser Welt drehen plötzlich die künstlichen Intelligenzen auf der Erde komplett durch einen beginnenden Vernichtungsfeldzug gegen die Menschheit. Die sind alle verstreut über das Sonnensystem. Und die Spieler sind Teil einer Geheimgesellschaft, die versucht, Extinction Level Events von der Menschheit abzuhalten. Also einen wiedererstarken der künstlichen Intelligenzen, dieser außerirdische Virus, der da irgendwie die Leute in Zombies verwandelt und dergleichen. Ist ein super Setting, wahnsinnig spannend. Ist so eine auch in der Nacherzählung wirklich gut an, wenn der Spielleiter das, äh, so auf die Reihe bekommt, auch so diese Beklemmung ein bisschen rüberzubringen und da nicht zu viel rumgealbert wird dabei. Ähm, das funktioniert als Rollenspiel, also als Podcast-Rollenspiel ziemlich gut. Problem an der Geschichte? Man braucht einen Spielleiter, der die Welt sehr viel besser kennt als die Spieler. Das funktioniert in dieser Horror-Version halt nicht wirklich, wenn jeder Spieler schon jedes Quellenbuch gelesen hat, auch die rot markierten Bereiche, so Achtung, bitte nicht, nur für den Spielleiter, dann kriegst du einfach, dann wird das so lieblos dahin gewürfelt. Ähm, wir bereiten das gerade vor, wir, äh, planen ein paar Hörspiele, nicht Spielgeschehen, sondern wirklich nur, wir nehmen uns Kursgeschichten, wir vertonen die Kursgeschichten, um so ein bisschen Worldbuilding zu betreiben, um interessierten Leuten einfach so ein bisschen Gefühl dafür zu geben, was ist das für eine Welt, was passiert hier, worauf lasse ich mich ein. Dafür haben wir, äh, Interessenten für Spieler und Spielleiterposten, aber keine Zusagen, mit anderen Worten, wir haben beides nicht. Da, ähm, kann man gerne direkt auf mich zukommen und sagen, das wäre was, das könnte ich mir gut vorstellen. Ich kenne die Welt sehr gut, ich könnte den Spielleiter machen, ich mache ihn aber schon in der anderen Geschichte und das frisst im Augenblick echt viel Zeit. Mit anderen Worten, da würde ich einen Bogen drumherum machen. Also aktuell wollen wir ein Hörspiel machen, das wäre vielleicht in einer, äh, Zeitdauer von vier, fünf Minuten. Quasi, du wachst auf in dieser Welt. Die Person, die aus dem Backup wieder hergestellt wird, hat an der Stelle keine Ahnung, was ist dem Original eigentlich zuletzt passiert. Und das wollen wir so ein bisschen aufgreifen, einmal die Situation abbilden, darstellen. Ähm, und nicht irgendwas noch, was mir gerade entfällt. Aber das kann man dann ja auch im persönlichen Gespräch. Ja, genau. Also haut uns an. Wir, wir stümpern in dieses Thema gerade alle so ein bisschen rein und entdecken, äh, die Grenzen und Möglichkeiten, soweit sie uns dann halt mit den harten Kanten in der Realität anmacken. Wir haben jetzt, wir haben keinen Plan dafür, also für die Beteiligung. Sagt uns Bescheid, sprecht uns an, stellt uns ein Bein, schickt uns ein Päckchen und sagt einfach, ja, ich will. Und mit euch zusammen finden wir dann irgendeine Art und Weise, wie das zusammenkommt. Ja. Also, wir haben jetzt nicht eine Seite auf, wo steht, dreimal Spieler, fünfzehmal Spieler, zweimal Animateur, einer für den Schnitt. Weil, wir wissen alle, nur wenn man überarbeitet ist, macht man seine beste Arbeit. Oh, das hat Udo gehört. Ähm, ja. Ja, äh, wäre vielleicht, wenn ich noch anfügen könnte, ähm, muss, äh, niemand irgendwie Hemmungen haben, wenn er sich jetzt denkt, okay, äh, klingt zwar interessant, aber ich hab jetzt überhaupt keine Erfahrung mit Rollenspielen. Ja. Oder der vielleicht, äh, oder die vielleicht ein Rollenspiel spielen möchte, aber mit diesem High-Fantasy-Zeugs nix anfangen kann. Oder jetzt keinen Cyborg in, in, in Neo-Tokyo-Neo-Noir-Stil. Ja. Ähm, es gibt genügend, äh, Systeme mit hinreichend offenen Lizenzen. Äh, es gibt, wie gesagt, auch diese Kurzabenteuer, wo man einfach mal reinschnuppern kann, ob das überhaupt etwas für einen wäre. Also, wer auch nur ansatzweise Interesse hat an sowas, äh, und sich da mal die Zehen reinstippen möchte, wir finden einen Weg, das irgendwie einzubauen. Wir sind, glaube ich, auf jeden froh, der mitmachen möchte. Mhm. Was nicht heißt, dass wir ihn nehmen. Wie alles Spannende im Leben gab's ne Zeit, wo man sagte, ich versteh nix davon. Keiner von uns hier würde privat zu Hause ein Mikro vor die Nase hängen, wenn wir immer nur das gemacht hätten, was wir schon konnten. Mhm. Oder wo wir uns ausgekannt haben. Ich verspreche, wir beißen nicht, wir wollen echt nur Spaß an der Geschichte haben. Wir wollen nur spielen. Genau. Ja. Und macht euch keine Sorgen wegen des Zombie-Mobs. Das hat nichts zu sagen. Mhm. Nee, ich kann mich ja gut in Mobs verstecken. Ja, oder so. Ich hab einen Bonus. Also, und, ähm, das ist natürlich jetzt auch hier mit den Leuten vor Ort und, äh, den Leuten, die sich die Aufzeichnung angucken oder den Livestream, äh, auch einfach nur ein Würfelwurf. Und der kann mal gut, der kann mal schlecht ausfallen. Deswegen, meine Bitte an euch, erzählt ruhig weiter, dass wir das machen. Ich glaube, dass es relativ viele Leute gibt, die, äh, ihre technische und thematische und gesellschaftliche und befreundete Heimat bei uns finden könnten. Und ich glaube auch, dass, ähm, in meiner Jugend die Bücher, die Spiele, die ich gespielt habe, gerade Science Fiction, äh, Mark Brandes war mein Ding, sind Sachen, die mich stark geprägt haben. Und wenn ihr euch heute mal Sachen anguckt, aktuelle Serien, aktuelle Bücher, das ist ein bisschen arg dystopisch geworden. Oder wie die Science Fiction Autoren das immer sagen, Leute, das war eine Dystopie, keine Gebrauchsanleitung, lasst das. Und das alte Material, mit dem wir aufgewachsen sind, hat Schwachstellen. Also, ich hab damals angefangen, D&D, erste Edition, es gibt gute und böse Rassen. Das ist was, das wirst du heute so nicht mehr in dein Rollenspiel schreiben. Aber warum darauf warten? Wir können ja auch einfach mal, ähm, wir, die wir sowieso demnächst im Podcast-Bereich nach der Urheberrechtsreform mit Original Content auf jeden Fall auf der sicheren Seite sind, ohne dass irgendeiner von der Seite kommt und uns da irgendwie das Beinkleid benessen kann. Auf der sicheren Seite. Aber dann wäre mein Tipp, sei smart, Podcast im S-Mart, dass wir jetzt schon damit anfangen. Dass wir jetzt schon, äh, vielleicht Leute finden, Autoren finden, Leute, die Rollenspielerfahrung haben, die sagen, wir schreiben ein System, das ist von vornherein auf Podcast ausgelegt. Ähm, ein Typ, den ich, äh, sehr schätze dafür und der das schon mal gemacht hat, ist Jürgen Mang. Ich weiß nicht, wem der Name was sagt. Der hat das, äh, Light-Rollenspiel-System entwickelt. Äh, darunter läuft unter anderem Space Pirates und dergleichen. Der hat ein faszinierendes Konzept und wir hatten den auch mal, Spielleiter bei uns in der Sendung. Ähm, du würfelst praktisch gar nicht. Du würfelst einmal und danach erzählst du die Geschichte, du liest quasi das Würfelergebnis, spielst du aus. Das ist eigentlich schon ziemlich gut und genau das, was ich mir vorgestellt habe. Es ist allerdings für mich ein bisschen unterkomplex. Es funktioniert. Aber ich bin Controller. Ich will Zahlen. Ich will Werte. Ich will Level. Ich will alles Mögliche. Aber, äh, guckt euch den Kram auf jeden Fall mal an, den der Typ gemacht hat. Der hat nämlich auch auf jeden Fall, äh, umgesetzt, was mir vorschwebt, dieses komplette Eskalieren in die Details. Der hat Regelwerke mit hunderten von Seiten gemacht über Planeten, über Rassen, über Städte, über Fähigkeiten, über Ausrüstung. Alles sehr witzig und immer so ein bisschen, äh, Tong in Cheek. Aber genau sowas schwebt mir auch vor. Bloß halt agnostisch gegenüber dem System, für alle veröffentlichen. Wenn irgendwann nochmal jemand, äh, das anfangen will, was wir machen und sagt, scheiße, welches System nehme ich, dann kann ich sagen, alter, alte, nimm unser System, weil das ist genau dafür ausgelegt, dass du möglichst wenig Stress dabei hast, während du eigentlich nur versuchst, Spaß zu haben. Das wär's von meiner Seite. Sind noch Fragen? Kennt jemand jemanden, der noch Fragen hat? Aktuell glaube ich nicht. Aber die kann man dann ja auch persönlich so... Hat jemand noch persönliche Anmerkungen, die sich relativ leicht als Fragen tarnen lassen? Gut. Dann machen wir hier einfach den Deckel drauf. Danke euch fürs Zuhören und man sieht sich. Grüß Gott uns investigate. Gut. Grüß Gott. Grüß Gott.